Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Hallo! Mein Name ist Frank Schmidt. Ich komme aus Österreich, aber ich wohne jetzt in Hamburg. Das liegt in Norddeutschland. Meine Haare sind braun und meine Augen sind blau. Das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Haare sind braun und meine Augen sind blau. Das ist meine Lieblingsfarbe. Ich bin 1,65 m groß. Mein Geburtstag ist am 23. März. Ich bin 1989 geboren, und mein Sternzeichen ist Stier. Ich bin katholisch. Ich bin 1,65 m groß. Mein Geburtstag ist am 23. März. Ich bin 1989 geboren, und mein Sternzeichen ist Stier. Ich bin katholisch. Ich habe eine große Familie. Ich bin verheiratet. Meine Frau heißt Christa. Sie ist sehr nett. Wir haben drei Kinder. Unser Sohn ist Thomas. Er ist sieben Jahre alt. Unsere Zwillinge heißen Bettina und Jutta. Unsere Familie hat drei Katzen. Wir haben drei Kinder. Unser Sohn ist Thomas. Er ist sieben Jahre alt. Unsere Zwillinge heißen Bettina und Jutta. Und sie sind beide vier Jahre alt. Unsere Familie hat drei Katzen. Ich wohne am Stadtrand in einem Einfamilienhaus mit Garten. Diese Woche hatten wir eine Grillparty mit unseren Freunden. Ich wohne am Stadtrand in einem Einfamilienhaus mit Garten. Diese Woche hatten wir eine Grillparty mit unseren Freunden. Ich bin Bankangestellte. Ich arbeite in einer Bank seit acht Jahren. Ich bin Abteilungsleiter. Also, Chef zehn Leuten. Ich soll immer gepflegt und elegant zur Arbeit gehen. Ich trage Anzüge, Hemde mit Krawatten. Ich soll immer gepflegt und elegant zur Arbeit gehen. Ich trage Anzüge, Hemde mit Krawatten. Da ich den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitze, muss ich eine Brille tragen. Zum Frühstück esse ich immer Obst. Mein Lieblingsobst sind Orangen. Zum Frühstück esse ich immer Obst. Mein Lieblingsobst sind Orangen. Jeden Tag trinke ich auch Milch und esse ich zwei Brötchen mit Käse oder Schinken. Ich mag Fußball und Basketball. Ich bin sehr fröhlich, denn ich habe keine Probleme. Ich mag Fußball und Basketball. Ich bin sehr fröhlich, denn ich habe keine Probleme. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Paul Kramer. Ich bin der Personalchef. Und Sie sind Sarah? Guten Tag. Mein Name ist Paul Kramer. Ich bin der Personalchef. Und Sie sind Sarah? Ja. Das ist richtig. Setzen Sie sich doch bitte. Danke. Also, Sie wollen bei uns ein Praktikum als Grafikdesignerin machen, richtig? Genau. Ich studiere noch. Aber meine Idee ist, dass ich schon vorher in dem Beruf arbeite. Neben dem Studium. So, kann ich schon einmal erste Erfahrungen in einer Agentur sammeln. Genau. Ich studiere noch. Aber meine Idee ist, dass ich schon vorher in dem Beruf arbeite. Neben dem Studium. So, kann ich schon einmal erste Erfahrungen in einer Agentur sammeln. Das ist eine gute Idee. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Sind Sie denn in Ägypten oder in Deutschland zur Schule gegangen? Das ist eine gute Idee. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Sind Sie denn in Ägypten oder in Deutschland zur Schule gegangen? In Ägypten. Ich hatte auf meiner Schule viele Jahre Deutsch. Deutsch war immer mein Lieblingsfach. Deshalb, wollte ich nach der Schule auch nach Deutschland zum Studieren gehen. In Ägypten. Ich hatte auf meiner Schule viele Jahre Deutsch. Deutsch war immer mein Lieblingsfach. Deshalb, wollte ich nach der Schule auch nach Deutschland zum Studieren gehen. Haben Sie auch andere Sprachen gelernt? Ja. Neben meiner Muttersprache, Arabisch, kann ich auch sehr gut Englisch. Perfekt. Englisch, sollten Sie können. Wir haben viele Kunden aus englischsprachigen Ländern. Perfekt. Englisch, sollten Sie können. Wir haben viele Kunden aus englischsprachigen Ländern. Das ist kein Problem. Gut. Ihre Bewerbung hat mir sehr gefallen. Wenn Sie möchten, können Sie am Montag bei uns beginnen. Ich stelle Sie gleich, unserer Mitarbeiterin, Frau Bender vor. Sie informiert Sie über alles, und beantwortet alle Ihre Fragen. Gut. Ihre Bewerbung hat mir sehr gefallen. Wenn Sie möchten, können Sie am Montag bei uns beginnen. Ich stelle Sie gleich, unserer Mitarbeiterin, Frau Bender vor. Sie informiert Sie über alles, und beantwortet alle Ihre Fragen. Das ist ja toll. Ich gebe Ihnen direkt den Vertrag mit. Den können Sie sich zu Hause in Ruhe ansehen, und unterschreiben. Am Montag dann bitte wieder mitbringen. Das mache ich gerne. Es hat mich sehr gefreut. Ihr Deutsch ist wirklich ausgezeichnet. Das ist nett. Vielen Dank. Es hat mich auch sehr gefreut. Kommen Sie. Wir gehen gleich mal zu Frau Bender. Sehr gerne. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ...